Konnichiwa Konnichiwa Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Blood Rain 2 Heute mal mit Sound am Stizzy Mit dabei ist der liebe SmazGP Hallo Hallo Wir joinen hoffentlich auch gleich auf den Server Ich bin nicht dabei Ja Ich join jetzt einfach mal auf den Server Und ja, Leute, ich will euch nichts vormachen Ich kommentiere das hier nach, weil meine Audio gefailt hat Und ja, ich hoffe es funktioniert trotzdem Und ja Und ich seh jetzt zum ersten Mal Also kann ich mich drüber lustig machen Ja Und ich joinen So So, ich bin noch in dieser Höhle oben und äh Ich sag euch einfach, was passiert Ich geh dann einfach ähm Ich soll nicht spoilern Okay Okay, dann wollte ich heute noch ein bisschen Nein, nicht unbedingt Eisenfarm Aber vor allem Dias suchen Weil ich brauch Dias halt für einen Verzauberungstisch und ähm Für ne Diaspitzhacke Obsidian hatte ich schon unten in der Höhle Das Redstone fand ich ein bisschen unnötig von mir Habe ich natürlich weggemacht Entschuldigung, wenn ich jetzt keine Minecraft Sounds habe Aber auch ähm Habe ich Minecraft Probleme Nämlich, dass ich keine Sounds gehört habe teilweise Weißt du was man denn machen kann? Ähm Warte F3 und S, dann laden die Sounds neu Ja? Ja Ich bin MC Expert Junior Okay Äh Ich baue mich mal runter Stell dir vor, du wärst da einfach abgeschossen worden Oder wenn du mit Gift getroffen worden Oder Instant Damage Lass dich überraschen Ich weiß gar nicht, was man alles für Instant Damage braucht Ohhhh Ohhhh MLG Ey, das war geil, oder? Richtig scheiße Ja hier No MLG Creeper Oh 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 Es geht Es geht Alles mit Absicht, Leute Was hast du geflutet? Ich hab deine Folge nicht geguckt Die letzte Ja, ich hab das mit Wasser geflutet Hier hatte ich einen kleinen Gang gebaut Da baue ich jetzt auch noch meine zwei Öfen hin Ich baue noch so einen kleinen Gang rein Aber, ach genau, meine Freunde haben gesagt, dass ich so ein bisschen in der Umgebung noch nach Dias suchen soll Weil ich hab den ja hier gefunden, den ein Dias Und das war ein bisschen verarsche Fand ich jedenfalls Wer von deinen Freunden? Außer ich Du Hab ich ja nicht gesehen Opfer Jedenfalls, ähm Ich hoffe man kann dich auch gut hören Hoffe ich auch Aber ich glaube ich bin ein bisschen leise Warte Ich hab den ja auch noch mal einstellen Oh Das ist bisschen Hier kam aber richtig fail Okay So Sag mal was Hallo Ja, das geht klar Auf jeden Fall Auch wenn ich jetzt ein bisschen leiser bin Ich denke Es ist genau so wichtig mich zu hören Genau wie den, ähm Maske-Tick Wir hatten jetzt noch ein wichtiges Thema vorgera- vor- 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 vorbereitet, nein, vor- vor- vorbereitet, genau, und das Thema wär sehr wichtig, das Thema war nämlich, dass ihr mich alle abonnieren sollt. Nein, ich hab kurz, äh, Kohle abgebaut für die Kohle, äh, für die Kohle. Genius! Finger an den Po, macht die Leute froh. Nein, ich meine, äh, für die Fackeln, tatsächlich, weil ich brauch, da hab ich, ähm, bisschen Gold auch gefunden. Wie viel Gold hast du insgesamt? Nicht sonderlich viel, ich glaub. Brauchst du für Goldäppel? Ja, acht glaub ich. Acht, drei. Ja, für ein. Ja, für ein. Sorry. Und, ja, ich war auf der richtigen Höhe. Auf der richtigen Höhe, ja. Ja, ich hab, äh, in der vorherigen Folge, oder vor- Warum spielst du mit Default? Ich spiel auf Default, weil ich, äh, mein PC, äh, weil ich, ähm, das noch nicht gedownloadet hab. Ach ja, stimmt. Stimmt, am PC. Ist ja so ein Opfer gewesen. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ach, gut, ähm, mach mal einfach weiter. Ich... Ich hoffe, ich hab den Kit noch auf Stick, also dein Pack. Müsste aber sein. Müsste auf deinen Stick sogar sein. Hä, welches Kit? Äh, dein Pack. Hä, ich hab... Ach so. Du hast dein Ereignis. So ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen unnötig. Snoop Dog. Da, 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 da. Na gut, Leute. Hä? Baue ich mich einfach ein bisschen weiter. Und freut dich auf jeden Fall schon mal auf das Ende der Folge. Kleiner Spoiler hier. Äh! Soll ich ein bisschen Product Placement einmachen? Nein! 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 Piep! Mann! Nein! Ich will keinen Piep jetzt! Nein! Ich muss das rauspiepen. Warum? Weil ich Geld dafür kriegen will von YouTube. Für die Werbung. Danke, YouTube! Ich mach jetzt nur mein iPhone an. Google jetzt. Okay. Nach der neuen Coca-Cola Live. Ja, okay, die gibt's schön auf Spotify zu kaufen. Und auf Spotify ist ein Link für Steam. Leute, ihr wisst, du weißt schon, dass es legitim ist, wenn du gesagt hast, dass es kein Product Placement ist. Ja, deswegen ja. Das ist völlig legitim. Ja. Super. Es ist ja kein Product Placement. Oh. Fail. Na gut. Ähm. Bei uns war da grad... Alter! Als ob! Es leckt. Es leckt einfach! Hier so. Hö, hö, hö. Also nicht in der Aufnahme, aber bei uns jetzt. Ja. Wegen Minecraft. Oder? Fuck! Ja, egal, Leute. Ich kommt hier einfach weiter. Ich fahr noch ein bisschen Eise. Ist das Kommentar auch in Zeitlupe so? Ich fahr noch ein bisschen Eiseeeen. Ich fahr noch ein bisschen Eiseeeen. Bup, 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 blup! Wer ist jetzt eigentlich bis jetzt das beste ausgerüstete Team? Äh, ein... Ich guck die Folgen nicht. Wenn ich ehrlich bin. Außer Keanu. Keanu, wer ist das? Äh, das ist auch einer, der alleine ist. Ist der gut? Ist auch ein, ähm, Projektleiter. Achso. Oh, Leon, guck! Oh! Leck! Oh, ist so geil! Das ist gut für Business für mich. Cause I am a Christmas tree. MP3! Und du, 3, denn so ein MP3! Jo! Hey, das kenn ich das Spiel. Das macht Sinn. Hey, ich spiel doch nicht. Wir kommentieren hier gerade. Ko-kmentieren! Ahaha! Die الدemanniten! Sie kommen! W-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! Kuhi kommentiert, Kuklux Klan. Das war schlecht gemeinter Witz. Kuhi kommentiert, Kuklux Klan. Leute, das sind die guten Endseiten. Leute, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Alter Mann, das ist so scheiße. Es tut mir richtig leid, Leute, für den Bullshit. Ja, warte, ich hab eine App, die drückt unsere Gefühle jetzt aus. Ich bin ein Roboter. Achso, warte, ich kenn es. Warte, wir nehmen jetzt. Okay, warte, wenn du es abbaust, dann komm. Oh, war es ab? Okay, warte, der Bildschirm ist schwarz. Er ist in den Options. Komm, los. Weil ich Hilly da nutet hab. Es leckt, Alter. Komm, komm, komm. Hey, lol. Soll. Irgendwie ist das nicht richtig so, oder? Na, mein, aufgenommen leckt's ja nicht. Beweis? Nee, nee, brauch ich nicht. Hä? Ja. Okay, kannst jetzt wieder zu machen. Ich möchte wieder kommentieren, Junge. Ist wieder so richtig flüssig. Louis! Das ist weg! Okay. Wir sind am kommentieren. Kann ich kommentieren? Kommentar! Deos Brain! Nein, mach das. Oh, ii. Lass es bitte. Lass es. Lass es bitte. King. Go! Mach einfach! Warte. Erst wenn du es abbaust. So zum trollen. Komm schon. Bau ab. Wahrscheinlich hat der schon lange aufgebaut. Aber das ist ja einfach grad stammtbild. Warte. Ich sollte vielleicht auch Ton anmachen, ne? Los komm mach einfach. Ja! Oh! Oh!!! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich mach das! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machst du? Ähm, warte. Bist du immer noch ein Zelt? Was machst du auf der Sache? Ja, keine Ahnung. Es tut mir voll leid, Leute. Ich lass einfach das Game laufen, wenn mir irgendwas expliziertes einfällt. Oh, mein Spitzhack ist down. Deine Spitzhack ist down! Was ist das? Das ist es. Get no Scoped! Get no Scoped! Ja, gut, Leute. Eigentlich hab ich darauf null Bock. Hm. Hm. Ich lass...äh, ich stopp mal kurz. Okay. Es läuft jetzt flüssiger, aber nicht sonderlich. Doch, es läuft wieder flüssig, aber er muss kurz laden. Okay, er muss kurz laden. Also, wir sehen grad nichts. Seid ihr nicht wundern, wenn wir etwas zu spät sagen? Oder gar nichts erwähnen. Zum Beispiel, dass Louis grad in dieser Sekunde gestorben ist. Toll. Ich will nochmal zurückspulen. Uululululululululululululululul. Ach nee, das hätte ich gar nicht sagen dürfen, dass du stirbst in der Folge. Upsie! Spoider! Nein, mancher zerstörer ist nicht der Beste. Ach, Leute. Ihr müsst euch die letzten 10 Sekunden angucken. Das sind die besten. Spaß. Musst euch alles angucken. Und dann auf dem Kanal. Ihr müsst auf meinem Kanal vorbeikommen. Nein, das nicht. Ah! Wir hatten ein Bild! Ein Bild! Da gibt's coole Sachen wie MLG-Brainbow, Speed-Round und noch viele andere Sachen. Wird ich das überhaupt übeln, wenn ich das so mache? Äh, nein. Und so? Nein, lass das einfach. Leg die D-Flasche weg. Okay, Leute, es laggt. Ja. Das ist echt traurig. Na, es liegt nicht. Okay, das ist doch... Was jetzt? Scheiße ein! Wir starten jetzt einen neuen Hashtag, der heißt Hashtag Enderdoods PC ist scheiße. Okay, Leute, es wird eine Spendenaktion geben. Tatsächlich. Oh, Hashtag, der heißt Enderdoods Computer ist scheiße. Spenden wir 50 Euro nach Afrika. Leute. Das ist ernst gemeint. Leute, ne, wirklich. Ihr könnt mich finanzieren. Es reicht wirklich, wenn ihr so eine kleine Spende habt. Eine kleine Spende für 500 Euro? Ja, ne, aber ich werde halt sowas starten, wo man halt spenden kann, wie zum Beispiel bei Tube Clash. Da wurde ja auch richtig viel gespendet. So 25.000 war ja das, was sie unbedingt erreichen wollten. Und ja, sowas werde ich halt auch starten, damit ihr endlich einen besseren PC habt. Weil das ist so... Damit du endlich einen besseren PC hast. Ey, das ist so... Spendet an Louie nicht nach die hungrigen Leute in Afrika. Die brauchen es nicht. Enderdood braucht seinen Computer. Scheiß drauf, was die Medien erzählen. Das ist alles fake. Leute, die Medien lügen. Enderdood braucht seinen Computer. bei ihrem Eltern. Ich bin immer lauter als du. Guck, hier, hier ist der Streifen. Eis ab! I say, what the fuck? Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ein Lied singen würde? Aber es war Ruhestaben vertauschen würde? Oder den kompletten Text vertauschen würde? aber die Melodie gleich sein würde. Zum Beispiel wenn ich so sagen würde So no, I'm Aggie Show it's won't be Aggie Dürfte ich das Lied dann benutzen? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Parodie von einem Lied macht Muss man sich dann erst die Rechte von dem Lied tun? Schätze nicht, ja. Schreibt es mal in die Kommentare Bin ich eigentlich zu leise gerade? Ich sehe das nicht. Schreibt es einfach in die Kommentare. Was ist da? Oh, ich bin der Weihnachtsmann, weißt du? Und als Weihnachtsmann hat man's schwer. Man schenkt nur und kriegt dafür nur Kekse. Ach Leute, wenn wir ehrlich... Ah, Trickshot! Alzap! Ja, Double Kill. Easy. Ach Leute, ganz ehrlich. Scheiß auf die Callies, ne? Ganz ehrlich. Die trauen sich eh nicht zu mir zu kommen. Kleinen... Spaten. Slowbobs. Selbst wenn, aktivieren wir einfach schnell den Geilmotorn. Na, dann sind die easy, also... Richtige Lauch-Boys. Oder schnell so ne... Dorn-20-Rüstung zaubern. Jaaaa... Einschlag mit der Faust tot. Äh... Nicht Dorn-20, sondern Dorn-100. Äh... Ich bin so behindert, dass jetzt wenn man mit Bogen schießt, dann Schaden von der Dorn-Rüstung bekommt. Hm. Erklär mir das. Wer hat sich das ausgedacht? Danke, Mojang. Thanks, Mojang. 1-9 ist Scheiße. Ich bin übrigens Notch, ne? In meiner Freizeit. Wassup? Wassup, Smask-LP ist Notch? Wassup? Es ist schon wieder Montag. Hier ist der Flashback. Youtube-News mit Smask-LP. Daumen hoch. Äh... Dislike. Diabo, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt... Smask-Up. Scheiße, Alter. Wo ist das Niveau geblieben, Leute? Uh! Prick! Der ist so scheiße. Was ist wenn man so zum Beispiel sagen würde... Yippie! Auf meiner Couch liegt ein lebendiger... Hippie! Ich bin's gewesen und das ist mein Opa. Dürfte man das so in der Öffentlichen... Nein! 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 Tja... Herr Ender-Loot. Äh, was? Tja, Herr Ender-Punkt-Junge. Au. Aber in Wirklichkeit bestech ich alle meine Freunde, damit die nett zu mir sind. Rettet mich. Das ist 50 Euro im Monat. Rettet mich! Ah ne, nicht töten. Rettet mich! Ah! Ah! Fuck, hat das grad weh getan! Was ist passiert? Ja, ich bin irgendwie mit meinem Finger hier so gegen das Mikro... Und hier hab ich... Wir labern nur Scheiße, halt! So... Wir kommentieren nicht mal das Video, wir labern einfach! Ja, scheiß drauf! Und ich spiel dabei auf meinem Handy, das ist richtig ansehenswert. Es geht ja darum, was ich in dem Video mache für die News. Ja, deswegen, aber du redest nicht über das Video. Ja, juckt. Fast ging die Woche... Pfff! Hallo und herzlich willkommen auf dem besten Format auf YouTube! Bestes Format! Endert UTP! Schaut mal vorbei! Stepchat Battle! Hey, go follow your video! Leute! Ihr müsst es wissen! Ihr müsst es unbedingt erfahren! Ich bin Behindert Show! Ab wo ich... Wo bin! Yo! Leute, ich... Was zählt so grad? Okay, Leute! Okay, geil! Aber das ist so Rekord, ne? Das Video gibt genau 20 Minuten von dir! Davor hast du es nicht so geschafft! Oh... Leute! Ihr müsst es nachdenken! SMASK! SMASK hat 7 Buchstaben! Halt die Schnauze halt! Ne, wirklich! Ohne Witz! SMASK IP! SMASK IP hat 7 Buchstaben! Ich weiß nicht die SMASK... Ah doch, da meint er! Ja! SMASK IP hat 7 Buchstaben! 7 mal 3 sind 21! Durch 7 sind 3! Dreiecken! Dreiecken! Wisst ihr, was noch Dreiecken ernannt? Genau! Der Playbutton von YouTube! YouTube! Es gibt viele verschiedene YouTuber! Unter anderem Dena, Unge und so weiter und so fort! Und... Ungespielt! Ungespielt! Ungespielt ist schon Illuminati Confirmed! Ungespielt ist Vegan! Der erste Buchstaben von Vegan ist ein V! Das V sieht fast aus wie ein Dreieck! Ein Dreieck! Ein Dreieck! Ein Dreieck! Ein Dreieck! Ein Dreieck sieht aus wie das Illuminatendreieck vom Illuminatendreieck! Oh shit! Im Illuminatendreieck ist ein Auge! Ein Auge! Es sieht aus wie ein Kreis! Ein Kreis! YouTube! Wenn ein Video legt, dann dreht sich so ein Kreis! Kreis! Dieser Kreis besteht aus vielen Punkten! Punkte! Punkte! Punkte sind die Kreise! Nur ausgefüllt! Punkt! Punkt! Besteht aus vielen Buchstaben! 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 Man findet Buchstaben in einer ABC-Suppe! ABC! Das sind drei Buchstaben! Drei! Es kommt immer auf die Drei hinaus! Dreiecken hat das Illuminatendreieck! Das bedeutet alles! YouTube ist Illuminat-Komfang! Bumm! 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 Es ist schon mal aufgefallen! Ich bin auch ein Illuminat! Warum? Ender Dude! Andi! Es hat ja mit mir angefangen! Das ist der Beweis! Das Mask ist Illuminat-Komfang! Bumm! 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 Ich bin auch ein Illuminat! Halt die Schnauze! Leute! Mein Name hat zehn Buchstaben! Ey! Halt die Schnauze! Buchstaben! 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 Ey! Das ist meine Idee! Halt die... Piep! Halt die Piep! Halt die Piep! Ich kann gut Geräusche nachmachen! Gucke wie verzögert das kommt! Richtig easy! Richtig! Easy! Easy! Guck! Ich porte mich mal inzwischen! Guck! Guck! Guck dir das an! Fuck! Hab ich nicht gesagt! Auspiepen bitte! Was? Fuck? Ja! Piep! 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 20 Minuten lang pures Entertainment! Wisst ihr wie glücklich mit mir habt? Entertainment? Ente? JBB? Halt die Schnauze! Spaß! Jeden Tag geben wir Gas! Ich bin... Jeden Tag machen wir Spaß! Haben wir Spaß! Ich bin Sattel! Und das ist... Dead Louie! Dead Louie! Die Schnauze! Die Schnauze! Exactly not! Okay! Jetzt kommt der Moment Leute! Fuck! Der hat einen Huch! I'm coming! Dies! Dies! Ihr kleinen Huren-kinder! Ihr h�n! Dies! Dies! Alter! Wow! Holy Shit! Holy Shit! Diamonds! Diamonds! Wie viele waren sie? 7! Jaaaa! 6 dir ist gefunden, nice GG Leute! Ich hoffe es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja... Lasst bitte eine Bewertung da. Und wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt. Lasst ein Abo da Leute! Werden uns Marsc.IP verlinken natürlich. Link in der Beschreibung. Lächerlich wär's wenn du's vergisst so wie im letztes Video. Wie immer! Okay, Leute. Ich baue mich gerade nur ein, habe eine Fackel gesetzt und Disconnecte und das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Adieu, adieu, ö ö, adieu. Tschüss. Adieu, adieu, ö ö ö.